Ja, moinzen, liebe Urb-Armen, noch mal ganz kurz, das mache ich jetzt im Nachhinein des vorherigen Videos, meine ich mal ein kleines Video. Und zwar geht es darum, ich hatte ja in diesem Video kleine technische Schwierigkeiten, das werdet ihr dann sehen. Das heißt, bleibt ihr einfach bis zum Ende dran, am Ende wird es dann richtig schön lustig bei Auflösung. Also, am besten wie schon gesagt, bleibt einfach bis zum Ende. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und jetzt kommt das Video. Ja, moinzen, liebe Urb-Armen und herzlich willkommen zu einem weiteren Prank-Video. Ihr steht ja auf dieser Prank, wie das, wenn ich THC-Fan-Pranke, beziehungsweise allgemein, wenn ich pranke, das ist mir schon aufgefallen. Deswegen dachte ich mir, wir machen jetzt gleich nochmal einen Prank. Und dieser Officer Knetter, heißt der Ingame, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der auf YouTube heißt, der hat mir diesen Prank vorgeschlagen, dass wir jetzt dann auf der Bauwelt, werde ich jetzt einen Käfig bauen und werde diesen Käfig dann über einen Spieler stülpen. Und werde das natürlich alles in Venice tun, dass der nicht irgendein Ding... Dann behaupten wir so von wegen, ja, dass der Hacker ist. Ich habe jetzt extra schon vorgearbeitet und behaupte, dass wir eine Hack-Anthrohung bekommen haben, was natürlich nicht stimmt. Ich gehe jetzt mal zu Officer Knetter in den Channel rein, dass der das dann auch mit mir noch genauer abquatschen kann. Servus, willkommen in mein Video erst einmal. Also ich habe jetzt die Ansage schon gemacht und habe meine Zuschauer schon darauf vorbereitet. Schau bei THC, wenn der hat halt immer sein Name Bereitschaft hingeschrieben. Ja, Leute, das ist so geil, Leute, weil ich kann es euch leider nicht zeigen, weil da der Real Name von ihm zu sehen ist. Aber das wird jetzt gleich lustig, Leute, wir werden das jetzt gleich durchziehen. Ich wollte jetzt mal Skytime TV auch mal hoch. So, Skytime TV, herzlich willkommen in meinem Video. Hallo. Du bleibst da? Wo ist der Afkar? Hallo? Hey, das muss ich mich schon... Ähm, ich hatte nur eine Frage... Ah, jetzt ist Skytime TV da. Also, herzlich willkommen in meinem Video. Video ist gestartet. Hey, THC-Fan kauft das voll ab. Ja, Mann, der hat sogar in seinen Namen Bereitschaft reingeschrieben, voll geil, Mann. Ich kann es dir jetzt leider den Zuschauern nicht zeigen, weil er halt seinen realen Namen hier im Teamspeaker hat. Das muss ich dann noch Bescheid geben, dass der das mal ändern soll. Ähm, also, jetzt leuchtet es folgendermaßen ab. Wir gehen jetzt in die Bauwelt. Ich prank mich. Ähm, am besten schreiben wir jetzt in Minecraft so, ähm, erster Hackangriff, äh, ich schreibe jetzt rein, erster Hackangriff wurde abgewendet, ne? Alle in die Bauwelt, oder? Dann gehen wir alle in die Bauwelt, weil ich muss dann, pass auf, ich erkläre, wie die Prankung funktioniert. Also, ich werde jetzt dann in Vanish gehen und werde, ähm, einen Käfig über, äh, werde einen Käfig auf mein Grundstück bauen. Und dann werde ich THC-Fan, dann werde ich den THC-Fan, ähm, den Rang wegnehmen, ne? Ähm, genau. Und so, und ich, äh, werde dann den, ähm, über THC-Fan diesen, diesen Käfig drüber stülpen. Genau, das war meine Prank-Idee. Natürlich habe ich sie vorgeschlagen, denn das war eigentlich voll eine geile Idee. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Ich muss wahrscheinlich, ich muss wahrscheinlich dafür, dann, äh, ich werde wahrscheinlich, ähm, zum einen in Spy und dann wahrscheinlich, ähm, ich muss halt gucken, dass man mich nicht zieht, und dann werde ich, ähm, THC-Fan, ähm, und so, dann werde ich uns scheinheilig die Gruppen wegnehmen, ne? Also, die, 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 äh, die Ränge, ne? Dass wir nur noch alle Spiele haben. Und dann werde ich, ähm, damit man mich ja auch nicht sieht und so, damit das auch reell rüberkommt. Und, ähm, ich bin ja dann in Vanish, also mich sieht man ja, glaube ich, da nicht mehr. Nein, nein, ähm, tu, tu THC-Fan den Rang lassen, sondern wir schreiben dann THC-Fan hin. Nein, das Problem ist, wenn ich das mal... Nein, weil da kann man mit GO3 rausgehen. Dann habe ich sogar geschrieben bei Hüpfen. Dann geht er erstens schon, äh, mit Game Mode 3 raus, und zweitens kommt es ja dann nicht wirklich reell rüber. Okay. Wir müssen, weil ich meine, ich will ja in den Käfig über THC-Fans stülpen, weil es soll ja ein THC-Fan-Prank werden. Ähm, daher THC-Fan, ähm... Eine Frage... Ich habe den ja gestern, glaube ich, schon geprankt gehabt. Äh, war es gestern war es, glaube ich. Da habe ich das Video hochgeladen und das kam mir richtig gut an. Das sieht man ja auch in den Likes, äh, im Vergleich zu den Autofahren. Muss doch mal auf meinen Kanal schon. Ich habe sofort geliked, ich war eines der erst nicht geliked. Ist der auch Princess, oder? Nein, äh, der heißt EOP Let's Play. Ähm... Und, ähm... Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall, wie schon gesagt, wir werden den Prank jetzt dann starten. Also ich gehe jetzt in Minecraft... Ich habe jetzt eine ganz kleine Frage. Jetzt nichts mehr rein schreiben, dass ihr gehackt worden sind, weil ich schreibe jetzt, ähm, rein, ähm, über... Genau, mach so, jetzt passt auf, ähm, PC. Ja, aber hackt... Hetzt Tiger... Äh, tut der Tiger-Punst, der Tiger-Dragona jetzt wirklich jetzt, oder war es jetzt nur ein Prank? Nein, der Tiger-Dragona hat, ähm, Auto-Reconnect drin, aber das, ähm, tut jetzt hier nichts zu sagen. Also, da hat er jetzt wirklich hackt, das war jetzt wirklich hackt. Das ist wirklich hackt, was der macht, aber... Das ist nicht so schlimm an sich, ich meine, das... Ich hab mir schon... Das ist nicht, an sich nicht so schlimm. Warte mal, ersten Hack-Angriff abgewendet. Also jetzt ist offiziell, ähm, offiziell hab ich den jetzt abgewendet, dass er das, äh, jetzt auch sozusagen mehr oder weniger dann auch, glaubt. So, Sack, schreib ich jetzt rein. So, ersten Hack-Angriff abgewendet. Das heißt, ich schreib jetzt, ähm... Ich gehe jetzt in die Bauwelt. So. Kann ich mitkommen, oder? Ja, wir müssen jetzt alle, wir müssen jetzt alle dann in die Bauwelt. Das heißt, ich geh jetzt... Kannst du mich dann auch in Wendig setzen, oder? Glaubst du? Doch, das müsste gehen, warte mal. Flash-Fausch. Machen, soll ich schon schnell machen, in Wendig? Flash-V, nein, es geht, glaub ich, nicht. Flash-V, wie ist der Name? Du kannst du auch nicht. GuideTime-TV. Ich hab's Projekt schon mal geöffnet. Nicht, äh, nicht Bild-Server. Wir gehen in die Bauwelt. Achso. Müsste es jetzt Wendig, ähm, sein? Wendig G-Mod 3. Ja, ich bin schon, ich bin schon, ich bin schon, ich bin schon grad im Wendig-Quantum. So, wir müssen jetzt alles, wir müssen jetzt alle im Wendig-Schein. Ja. Okay, dann, wir schauen. Na, jetzt hab ich grad gemoved. Ding, 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 ding. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. So, warte mal, ich, wie soll. Ich mach das jetzt mal so, dass es nicht so eoptypisch ist. Flash, TP, und Cesare. Ich bin bei THC-Fan. Okay. Ich muss das jetzt mal so machen, dass es nicht typisch für meinen Baustil rüberkommt. Ich muss G-Mod 3. So. Ich muss das jetzt mal so bauen, dass es nicht typisch auf mich zurückzugreifen ist. Weil, ähm, soll es vielleicht ich bauen? Nein, weil ich bin schon dabei, ich baue das jetzt wirklich so, anhalte mich nicht rotes Glas, nehmen wir grünes Glas, weil das ist so eine typische Hacker-Farbe. Ähm, ding, kann ich mitbauen, oder? Warte, das ist, das ist, äh, es ist eigentlich nicht viel, was ich baue. So, ich glaube, okay, also du kommst dann hin. Oh, sorry, ich platzi es wieder neu. Äh, null. Null. Wusstest du, dass man keine Items holen kann, wenn man unzichtbar ist? Ihr könnt das nicht, ich, ihr, ihr könnt das nicht, ich kann's. Achso, ich dachte mir schon. Warte mal, wie bauen wir das jetzt am schlausten, dass das wirklich hackermäßig ist. Äh, ich hab aus Versehen hier was kaputt gemacht, aus Versehen. Warte, mach ich gleich ganz oder? Sorry. So, und dann müssen wir halt, wir müssen halt, wir können jetzt halt hoffen, äh, nur, dass der das auch dann auch abbaut. Also, ja, dann würde ich das wirklich. Ähm, den, den kannst du mir auf, ähm, ich kann mit einem zweiten Account online kommen, und, äh, damit kann ich dann schreiben, äh, kannst du vielleicht irgendwie, dass ich die Rechte bekomme, das ist rote Schrift und sowas, dann schreibe ich, ha, 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 ich bin der Hacker. Das geht auch per Labimod, das geht auch per Labimod, das geht auch per Labimod. Geh mal weg da, du stehst im Weg grad. Oh, sorry. Moment. Ach. Ja. Kannst du dem irgendwie so Reste geben? Ähm, na, wir machen das jetzt einfach so, ich mein, wir machen das, dass der Hacker unsichtbar ist, weil das kommt noch ein bisschen, das kommt noch ein bisschen schlauer rüber, so, das, das schaut, glaube ich, jetzt überhaupt nicht nach meiner Baustil aus, also, das ist jetzt absolut nicht mein Baustil von meinen Käfigen. Das Ganze werde ich jetzt mit Wöldet kopieren. Ich hatte noch eine Frage, also ist es jetzt mit Tiger, also mit Tiger Dragon, natürlich ist es jetzt ernst, eine ernste Lage, oder? Naja, es ist nicht ernst, es ist halt einfach nur, dass er einen Autoreconnect drin hat und das diesbezüglich werde ich ihn halt konfrontieren, aber das tut, wie schon gesagt, das tut jetzt in diesem Video nix zur Sache. Achso, nee, 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 wollte nur informieren. So, jetzt, warte mal, jetzt mach ich mal eure Rechte weg. Also, schaut mal beim Kanal vorbei, ich gründ' bald einen neuen in zwei Monaten, also könnt ihr ruhig dann vorbeischauen, wenn ich einen zwei Monaten Kanal habe. Der TJC-Fan schreibt grad Leute. Ja, dann musst du uns wieder aus dem Wennig setzen, wenn du uns die Rechte wegnimmst. Slash-Fan, ich geh aus dem Wennig raus, glaube ich. Ja, mich auch. Der TJC-Fan is disconnected. Warte, er kommt bestimmt wieder. Ich hoffe, dass der Prank jetzt funktioniert, oder? Ah, nee, er ist noch da, er ist noch da. Group, set. Ich kenn einen Command, es gibt so einen Command, wo man so tun kann. Beispiel, ähm, also man gibt so diesen Command ein. So, Skyter, du musst das jetzt Spieler sein, schau mal nach. Ja. Okay. Mach mal das gleich bei Officer. Mach ich gleich. Officer Knette. Äh, warte, ich kopiere das jetzt auch sicher. Sicherheitshalber, falls er uns entwischen sollte, kopiere ich das jetzt auch mit. Oh, THC ist da, THC ist da. Ähm. THC muss ich noch machen. Hä? Debug-Fehler, Idee, hey lol, wieso hab ich keine Ding-Commission? Ich hab, ich hab, ich hab jetzt mal alle hier in den, äh, Dings gesetzt. Ich hab jetzt jeden hier in den, äh, in den Spieler rang getan. Flash-Manage. Oh, Leute, ich hab immer noch Game-Mode. Officer Knette. Hey, wieso kann er dann, hey, wieso kann er dann, hey, wieso kann er dann dein ganzes Haus kaputt machen? Er macht ja seine ganze Technik kaputt, aber egal. Schau mal, jetzt bist du nicht mehr, äh, ach, du bist nur unsichtbar, warte mal. Jetzt bist du sichtbar. Und ich bin noch unsichtbar. Mach ich jetzt grad, Moment, ähm, SkytimeTV, so. Jetzt bist du sichtbar, ne? Okay. Ja. So. Boah, wir sind alle jetzt Spieler? Jetzt muss ich, jetzt muss ich euch dann alle, ich, ich, ich teleportiere euch jetzt dann alle, ähm. Warte, warte, ich schreib noch in den Chat, lol, warum sind alle jetzt Spieler? Lol, einer hackt wohl. Schreib, schreib rein, lol, äh, äh, scheiße, heck. Okay. Tiger Dragon hat, schreibt mich an. Er ruft mich jetzt, hör an. Der ruft mich jetzt an, man, der ruft mich jetzt an, man. Kann ich jetzt nicht, keine Zeit. So, ähm. Ja, der ruft mich grad per Normalhalt an. Also, okay. Warte mal, warte mal, warte mal, hier habt ihr keine Rechte, warte mal. Ähm. Ich glaube, ich weiß, warum der hat ein bisschen Angst, weil ich ihm das ein bisschen zu ernst drüber gebracht habe. Oh mein Gott. JP, all, zack. So, jetzt hab ich euch hier rein teleportiert, ne? Ihr seid jetzt alle da drin, oder? In den Käfig. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Warte, ich schreib jetzt, wo es Prints ist. Spare Brush. Nein, ein Hacker. Oh, ne, das schreib ich nicht. Ich schreib jetzt herzlich. Spare Brush, ähm. Nein, mein Internet. Äh, TNT, Komma. TLC-Fan schreibt grad einfach, nein, mein Internet. Jetzt. Nein, TNT mach ich mal, und, ähm, Gravel. Oh ja, ich hab den Befehl wieder falsch. Okay, also das war grad jetzt ein bisschen übertrieben, noch zwei FPS. Ja, wir haben jetzt gededosed, oh mein Gott. Okay, ich mach einfach mit. Mal Brush. Spare. Ich bin grad zu dumm für den Command, Leute, verdammt. Was, was willst du machen? Ähm, ich will Spare Brush machen, weißt du, dass du, äh, dass du mit Welte diese Ding machen kannst. Weißt du, diesen, die, dass du dann mit, ähm, mit einem Schwert und solche, äh, Klumpen machen kannst. Ach so, du musst Slash BR. Slash BR? Und dann noch Spare oder so, oder? Ne, ne, Slash BR und dann musst du machen die Groß und sowas. Also dann, die Block ab, zum Beispiel, Schlaf, und dann, ähm... Oh mein Gott, er will in den Jail von mir reinkommen. Ja, ne, Princess... Er hat mich angestupst. Princess, wir müssen kurz weg... Was soll ich, was soll ich ihm zurückschreiben? Muss, geh du runter zu ihm. Ja, ich geh runter zu ihm und sag ihm Bescheid, dass wir grad von Mecca angerufen werden, okay? Ja, sag, ich bin grad dran. Ja, ich ärgere. Aber ich brauch das Passwort, shit. Was? Ich brauch das Passwort, um zu ihm reinzukommen. Warum? Ja, weil nicht, wenn er ein Passwort hat. Was? Oh mein Gott. Jetzt hab ich's, glaub ich, oder? Ah, jetzt hab ich's. TNT, Komma. Gravel. Und wir machen eine Größe von 5. Ich hab es dann... Du kannst... Geht das so, wie ich gesagt hab? Nee, geht nicht. Problem ist, dass das ja selbst gemacht ist, deswegen... Achso, stimmt. Achso, warte mal, jetzt weiß ich warum. Schwert brauchen wir dafür. So, jetzt, ja, Brush ausgerüstet, jetzt geht's los, Leute. Puff, 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 oh mein Gott. Puff... Ohmg ... Puff ... Puff ... Er ist so dumm, er glaubt mir das noch! Schau was ich gemacht hab, ich hab mich jetzt eingebauten. Ja ich weiß, warte ich komm wieder runter, okay? Ich hab ihm alles gegeben, so gut. Und er so, er so zu mir. Oh mein Gott, ich bin wirklich gehackt. Er glaubt mir's mir, okay, ich geh wieder zu ihm runter. Ich nimm das dann auf für mein Handy. Warte, ich kann's auch aufnehmen mit OBS, wenn du willst. Soll ich runtergehen mit OBS? Ja, ja macht, nimm das mit OBS auf, ja man. Moment, Moment, du musst mich aber gleich moven. Soll ich den Teamspeaker aufnehmen, oder? Oh, wisst du was ich jetzt mache? Ich nehm mir jetzt das Rechte weg. Ja. Du kannst mich mal runter moven. Ich kann ja damit man, ich kann ja damit man Tana Contents die Rechte ja im Endeffekt wieder geben, ne? Bzw. die CLT-Granze machen. Ja, die nehm ich mir jetzt selber auch noch die Rechte weg. PEMS-User. Mein Name. Group. Äh, äh, falsch nochmal. Group. Set. Spieler. So, jetzt müsste ich eigentlich nur Spieler sein. Warte, ich sag's dir. Du bist noch im Vanish. Lol, ich kann mich nicht mehr aus dem Vanish raustun. Scheiße, Leute, ich kann mich nicht mehr aus dem Vanish raustun. Fuck. Kann ich mich noch zum Dings zurück machen? Hab ich noch die Rechte dazu? Ähm. Ohne. Rin. Lol, ich kann mich nicht mehr, Leute. Fuck, ich kann mich nicht mehr aus dem Vanish raustun. Mhm. Warte mal, ich muss mal reconnecten. Yes, ich bin kein, ich bin nicht mehr im Vanish. Okay, komm. Du willst du einfach? No, ich bin wieder unsichtbar. Oh mein Gott. Warte mal. Wie mach ich das jetzt am besten, ähm, Flash V nochmal? Hey, wake up! Mach Flash V in der Konsole und dann deinen Namen. Äh, warte mal, ich mach das jetzt anders, äh, Flash L. Ich muss bloß jetzt aufpassen, als THC für mich nicht zieht. Ding, was passiert? Ah. Tiger Dragona. Flash MSG. Tiger Dragona. Tiger Dragona. Mach mal Flash V. Prinz Saraiya. Unterstrich Saraiya. Musst ja jetzt ein bisschen damit zuspümmen, Leute. Ey, ey, er hat grad gefragt, ob es ein Troll ist, da hab ich einfach so zu ihm gesagt. Aber weißt du was, Prinz Saraiya hat sogar ihre Tastatur auf den Boden geschmissen vor lauter Wut. Und dann glaubt er mir das noch. Ja, warte, jetzt gleich, jetzt gleich kannst du, äh, move ein, sobald der Ding mir, ähm, 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 ding, weil ich komm jetzt dann gleich wieder als Spieler drauf. Problem ist das Tiger. Warte mal, ich muss Tiger Dragona mal kurz anrufen, oder nicht? Ähm, soll ich kurz in die Lobby kommen und du gibst kurz, kannst du meinen User kurz die Wennisch? Kann jetzt nicht, warte mal. Rechte geben? Ich geh zu ihm runter und sag ihm, dass du Hauptspieler bist, oder soll ich noch nicht? Noch nicht, warte, noch nicht. Noch nicht. Du kannst schon mal runter, ich stupf's dich dann an. Ich komm, nein, warte, 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 mach das jetzt gleich an, dass wir move'n hier jetzt dann gleich, sobald ich das mit Tiger Dragona geklettert. Ich muss den das kurz anrufen, der muss jetzt kurz online, äh, der muss mir jetzt kurz die Wennisch, äh, Wennisch wegmachen. Also Leute, abonniert natürlich meinen Kanal, schaut natürlich bei meinem Kanal gerne vorbei, könnt ihr ruhig machen, sonst werden Minecraft-Videos kommen in zwei Monaten. Also hoffentlich wird euch auch gefallen, heißt, ich glaub Officer Knete, ich überleg's mir noch. Warte, warte, warte. Äh, Tiger Dragona? Ja. Was ist da los? Pass auf, wir pranken... Was ist da los? Pass auf, wir pranken gerade den DRC-Fan. Kannst du mal kurz in der Lobby Slash-V und meinen Namen machen? Also Slash-V, Leertaste, meinen Namen, weil ich bin noch im Wennisch und kann nicht mehr aus Wennisch raus. Nö, das ist halt, ich steh der AFK rum. Ja. Und ich kann nix machen. Doch. Officer Knete erzählt mir gerade, du willst mich aus dem Team werfen. Nein, ich will dich nicht aus dem Team werfen, ich will dann bloß mit mir sprechen, weil du nämlich scheinbar Auto-Reconnect drin hast. Aber das tut jetzt hier nix zur Sache. Nein, ich hab keinen Auto-Connect drin, ich hab Levy Mods und mit Levy Mods, da gibt's ein Auto-Rejoining. Das tut jetzt mal nix zur Sache. Geh mal ins Spiel rein und gib ein, Slash-V, Leertaste und meinen Namen, dass ich aus Wennisch rauskomme. Ich bin aber nicht da. Wie, du bist nicht da? Ich bin nicht bei mir zu Hause. Scheiße. Ähm, ähm, Ding. Hör ich das? Oh, noch nicht. Soll ich mit meinem zweiten Account mitkommen und du gibst dem Rechte? Ja, warte, das klemmer, das klemmer dann später, ich will das Video jetzt nicht ewig die Leute warten lassen. Jetzt muss ich schauen, dass ich jemanden finde, der mich aus Wennisch macht, weil ich kann's nicht machen, weil ich hab im Spiel... Ja, ja, ich... Tiga. Ähm, warte mal. Wo ist das? Ähm... Ich komm mit meinem zweiten Account und du gibst den Prozetten, okay? Kannst du dem über die Konsole kurz hätten angeben und dann... Ich kann jetzt nicht auf die Konsole drauf, weil ich gerade noch Video machen bin. Da kann ich... Da kann ich jetzt nix machen, warte mal, ähm... Gott, ey, ich... Du hab das vergessen, mich vorher aus Wennisch zu tun. Tigerpanzer ist natürlich auch nicht erreichbar, verdammt. Rispo, warte mal, Rispo vielleicht. Bist... Du... Zu... Haus... Äh... Move ihn kurz. Warte, dann move ich, move ihn kurz. User was moved to your team. Marvin? Marvin? Kannst du kurz auf den Server kommen? Nein. Scheiße, weil wir... Bitte. Wegen Prank. Wir machen gerade einen Prank und ich hab das Problem... Ich bin grad auf meinem eigenen Server. Ich bin ganz kurz... Komm doch mal ganz kurz bitte ganz kurz auf den CCSW rüber. Ganz kurz. Du musst nur ganz kurz rein. Ich bin auf ne andere Version. Mit Mods. Das ist... Bei uns geht 1.8 bis zur aktuellen... User joined your channel. Mach einfach mal schnell. Ja, aber nicht mit Mods. Ach... Mensch, Mann. Es gibt ein Problem. Er merkt es gleich, weil er... Er will hochgemoved werden. Muss ihn mal hoch. Dann sagt jetzt mal nix mehr von dem... Sagt jetzt mal nix mehr von dem Prank. Dann move ich ihn jetzt hoch. Ja, warte, warte. Du sagst, dass du gebannt bist auf dem Server. Nein. Kann ich ihn jetzt hochmoven? Ja, mach ich jetzt gleich. Moment. Ich bin hier grad schon wieder voll überfordert. Leute, wartet mal ganz kurz. Servus. Servus. Hi Max. Guck mal, was ist da grad los? Ich weiß jetzt nicht. Ich... Ich... Hab da grad riesen Probleme, Alter. Ich glaub, ihr Prinzessin hat ihre Tastatur auf den Boden geschmissen. Sie ist voll ausgerasselt. Alles rasselt grad aus. Ohne Witz. Ohne Witz, alles ist kaputt und was weiß ich. Oh mein Gott, ich wird grad gebannt. Passt auf. Ey, Max, warte, wir machen es mir. Okay, wir machen es mir. Komm. Nee, 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 nee. Weil? Ey, guck, guck, was machen wir... Ey, komm, achten, komm. Ist mir scheißegal. Ich trau mich. Ich trau mich jetzt Esmi zu machen, weil... Ich hab keine Angst. Ich trau mich. 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 Ich mach jetzt einfach Esmi. So, also Esmi funktioniert doch. Ob ich mich teleportieren kann. Was kannst du? Warte, ich glaub ich bin doch nicht gebannt. Ah, das war nur ein Kick, lol. Was soll man reingeben? Was soll man reingeben? Warte, ich guck gerade was in Google an. Aus Mi, da kann man aus dem Gefängnis raus. Zeig mal. Schreib mal. Komm halt in den Chat. Warte, ich schicke ihn dir bei NSG. Irgendeiner versucht gerade sich richtig heftig reinzuecken. Warte, ich schreib's dir per anstupsen. Warte, wir noch mal. Was ist der Fick, das gibt's doch nicht, Alter. Wie krieg ich den jetzt von dem Server weg? Versuch den mal per Konsole irgendwie wegzubekommen, irgendwie, oder? Das lustige ist, dass der irgendwie Stein bei den Server irgendwie, der ist unsichtbar auf den Server irgendwie, sozusagen. Der ist nicht da. Der ist auch, äh, laut Server ist kein weiterer Spieler drauf, aber... Warte, das ist echt komisch. Ich komm jetzt mal mit meinem anderen Account. Das ist so komisch. Ich komm jetzt mal mit meinem anderen Account, warte mal. Ja genau, den Ehepaar-Kont, genau. Ich bin aus dem Gefängnis draußen. LoL. Was ist? Ich bin weg, ich wurde weg. LoL. Ich komm nicht mehr auf den Server drauf. Wie? Ich komm nicht mehr auf den Server drauf. Wie? Ich komm nicht mehr auf den Server drauf. Wie? Was ist unter drauf? Ja. Wo ist es? Wir sind nicht ausgeschafft, aber trotzdem. Wir wollen wissen. Schock mal deinen Ping an. Oh mein Gott, dein Internet gesinkt dir langsam. Ey voll groß, Leute. Das ist... Warte mal, ich starte jetzt mal den anderen Client und versuche mal mit dem anderen Client zu kommen. Ähm, Version 1.12. Beitreten. Oh mein Gott. Notikaner. Ganz kurz war ihr auch ein Mikro auf Burn und Mail gescheiden. Ich muss ganz kurz was regeln. Was ist das? Was?! Genau, Max hat gerade eben zusätzlich ein großes Problem. Ach, ich wenn's... Ich binicer... Und gar nicht flüssig... Naja, ich hab grad grad silicone Neuble. Bitte hab grad Neuble... Er kauft, er kauft so dermaßen fett ab, Leute, zieh'n euch das mal rein, so geil, einfach nur. Wer hat ein Problem? Meine Fresse, das gibt's doch nicht, Alter. Wir alle haben Probleme. Wir haben gerade alle Probleme. Warum? Das ist doch gerade Eops Problem, aber irgendwas... Sozusagen auch unser Problem. Ja, warum ist das unser Problem? Das Problem ist, ich komm' grad selber irgendwie nicht auf den Server drauf. Oh, Mensch, ein Luggycrash. Ähm, THC erstens, ich muss dir nur eins sagen. Und zwar, okay, das allererste, lieber THC, ist, unsere Ränge sind weg. Zweitens, irgendeiner versucht uns hier grad richtig heftig zu... Das ist sozusagen unser Alp-Projekt zu briefen. Komm nicht mehr drauf. Ja, weil wir haben ja unsere Ränge uns verdient und wir haben schon gearbeitet... Versuch, THC-Fan, versuch'n mal, ob du vielleicht, wenn du Minecraft neu startest, vielleicht geht's dann... Princes? Princes? Hm? Kann's sein, dass das Ziegertrögen da uns heckt, weil der hat als einziger noch Ziegertrögen rein. Nein! Naja, wir wurden ja auch in ein Gefängnis reingespielt. Ja genau, wir wurden in ein Gefängnis reingespielt, wie nervig ist denn das? Toll. Und dann wurde mit Gravel und Tendu alles zugebaut. Mann, man hat das crashed, man hat das crashed einfach. Princes? Hm? Warte mal, ich... Kann ich mir ganz kurz einen anderen Channel oder... Ne, warte mal, ey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss Princes einen Code haben, dir darf niemand hören, der kann vielleicht helfen. Komm immer noch nicht drauf, scheiße. Professor Knöte? Ja, was ist? Kannst du kurz mit Max rausgehen? Ja. Ja, klar. Du musst kurz... Hey, wake up! Ja, na klar, na klar, wir gehen sofort raus, na klar. Ja. Ja, Max, komm wieder hier zu Tomy HD. Warte mal, ey, ich versuch... Ich versuch grad die ganze Zeit irgendwie, ähm... Du warst grad drauf, Eyob, du warst grad drauf. User was moved out of your channel. Ding. Eyob. Hm? Kannst du irgendwie die Whitelist anschalten oder so? Wieso? Das wär richtig. Oder halt den Surfer Shutdown mit deinem zweiten Account, also den Bauwelt-Surfer. Ja? Und dann sagst du, Hilfe, wir kommen dann immer drauf und so. Das Problem, äh... Das Problem ist, dass mein PC grad ein bisschen abspackt, weil ich ja grad zwei Mal Minecraft aufmach. Und ich muss jetzt mit... Ich muss es schaffen irgendwie jetzt mit einem anderen Account von mir drauf zu kommen, um mich aus dem Wendisch rauszutun. Das ist immer und dann das Problem und ich mach da schon so ein bisschen rum und das ist scheiße fürs Video. Kannst du nicht kurz die Aufnahme stoppen? Ganz kurz? Nee, weil dann ist die Aufnahme gestoppt und bei mir wird nicht geschnitten. Die Leute wissen, dass bei mir alles uncut ist und da werden auch solche Dinge uncut drin. Das ist halt nun mal so. Die Leute wissen, dass ich uncut mach... Hey, wake up! User was moved out of your channel. Ja? Ich muss doch gleich auf, okay? Ähm, ich kann nicht mehr, weil ich glaub mein PC, der stürzt komplett ab und ich kann einfach nicht mehr. Und ich muss seitens essen. Die haben Hunger. Ciao. Ciao. Viel Spaß beim Server-Pack. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt eine Reihe zu dem Hacker geschrieben. Sag mal du Abendloch, der uns hackt. Ganz ehrlich, verpiss dich. Was hast du geschrieben? Wo? Ich hab zu dem geschrieben... Sag mal du Abendloch... Schreib noch mal, schreib noch mal. Ja, warte, da hab ich... Egal. Egal, also ich muss auf Ciao. No, Ciao. Ich hab geschrieben, sag mal du Abendloch, der uns hackt. Ganz ehrlich, verpiss dich hab ich geschrieben. Das Problem ist mit sowas, was... Max ist ja nur noch aggressiver und dann wär... Äh, 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 äh... Gehen die noch aggressiver durch. Jetzt muss ich das Resht hacken. Ja, das soll ja nicht die Dossen, ne? Das soll ja nicht die Dossen, ne? Das soll ja nicht die Dossen, ne? Geh zur Polizei. Mach Anzeige gegen Unbekannt. Äh, da wirst du in der Welt kommen, aber gegen das... äh, gegen Hacking... Gehen die meistens nicht an. Ach, Leute, es reicht jetzt langsam, Mann. Ständig, wie werd ich angestopst hier? Sorry. Ach, ich muss auf Ciao. Ciao. Aber das ist jetzt etwa gerade, äh, wahrscheinlich ein Grund, wo du es noch ein... Das ist wahrscheinlich jetzt gerade noch ein Grund, äh, wo du es einsiehst, dass man dich anstuppt, oder was? Das wär jetzt was, wo man mich anstuppsen kann, aber wir sind ja gerade alle in einem Channel. Jetzt packt man zweiter Minecraft-Cline drum, ich kann kotzen, Mann! Ich komm grad mit dem zweiten, äh, Ding nicht irgendwie drauf. Ja, ganz ehrlich mal die... ja, stressig, ich... ich frag jetzt höflich. Warte mal. Warte mal. Ich glaub, mit Ewblets Play müsste ich noch ein Haufen Rechte haben, warte mal. Geh da mal in die Bauwelt, dass der Hacker auf der Bauwelt bleibt. Ja, sind wir schon. Der ist da noch. Wir sind noch auf der Bauwelt. Aber der ist irgendwie unsichtbar. Das heißt, er muss auch schon Rechte haben. Ja, wenn er würde nicht Rechte haben, dann muss er sowieso Rechte haben. Die Frage ist, wie hat er sich die Hächte erhackt, Alter? Irgendein Hackline geschrieben, der wozu okay ist. Wenn ich mal Tiger schreiben könnte. Ich bin nicht mehr auf der Rand, ey. Muss richtig heftig sein, dieser Hackline. Naja. Bo leute, zieh euch das mal rein. Wir werden wieder jetzt abkauft, Leute. Das bedeutet, dass ich jetzt da zwischen drin so lange Ding hab. Aber ich mache euch davor extra... Ich mache euch dann extra vorher nochmal eine kleine Ansage, wo ich euch das erzähl, dass ähm, länger dauert. Wenn er jetzt zu meinem Grundstück kommt, Alter, und mit, ähm, warte mal, ich versuche jetzt mal mit meinem anderen Account zu kommen, vielleicht kann ich ihn dann irgendwie detekten. Was soll ich da machen? Ich darf bloß mit meinem anderen Account jetzt nicht in die Bauwelt gehen, weil sonst wäre ein Problem. Das ist der Elfen selbst gemacht, das war ein kleines Alter. Oder ein Profi-Programmierer oder so, ja. Oder er ist selber, der Profi-Programmierer. Definitiv, weil wir eigentlich eine relativ hohe Sicherheit haben. Das muss selber ein selbstgeschriebenes sein. Es muss irgendwas sein, was neu ist, was wahrscheinlich mit der Version 1.13 wahrscheinlich jetzt kam. Also, dass auf die 1.13 gemünzt ist. Auf der 1.13 die Sicherheit noch nicht ganz so hoch ist, das Sicherheitslevel. Ja. Entschuldigung, weil der jetzt die ganze Zeit auf der 1.13 wartet, ist es raus, kommt und uns dann zu hacken oder was? Er ist mittlerweile draußen. Wer ist draußen? Die neue Version müsste glaube ich draußen sein. Ja, die neue Version ist schon draußen, ja. Oh mein Gott, du bist mit deinem Account draufgekommen? Ja, ich bleibe aber mit diesem Account bleibe ich jetzt eben in der Lobby und gehe damit nicht auf die Bauwelt und versuche, ob ich von der Lobby aus ihn irgendwie detekten kann. Darf ich auf die Lobby? Nein, wenn jetzt alle auf die Lobby wenn jetzt alle auf die Lobby flüchten, dann haben wir ein Problem, weil dann geht er auch auf die Lobby. Oh, mein Haus ist langsam zergrieft. Wie? Ja. Alles wird langsam gepuckt gemacht. Also schon die Gläser werden schon angefangen kaputt zu machen. Wie heißt dein Haus? Maxis Villa. Die Region, wie heißt die? Ja, die Region heißt Maxis unterstrich Villa. Nein, ich habe jetzt versucht, ob ich mit dem Konsole irgendwas machen kann. Da schau ich, ich bin auch nur noch Spieler, schau dir das an. Oh mein. Noch irgendeiner von euch Game-Mode? Ich habe keinen Game-Mode. Ich auch nicht. Kann ich mich wenigstens noch TPen gehen? Wenigstens noch TP? Kann ich auch nicht mehr. Als Spieler gibt es nicht. Leil. Scheiße, man. Ich habe Tiger-Panzer schon geschrieben, aber das ist nicht erreichbar. Gib uns einfach mal über die Konsole ein OP. Alles klar, du willst OP? Musst du uns einfach mal alle über die Konsole OP geben? Das bringt nichts, weil OP hat weniger Rechte als an Rang. Wir haben OP mit Absicht eben aus Sicherheitsgründen komplett runtergestuft auf minimal. Also muss der Hacker ja einen Rang haben, oder? Der muss sich irgendwie einen Rang ermogelt haben und der muss irgendwie mehr Rechte scheinbar haben als ohne Rang. Und er muss im Endeffekt sozusagen irgendwie die Möglichkeit haben, dass der wirklich alles kann auf diesen Server. Ich denke nicht einmal, dass der sogar direkt Unsinn, sondern dass er sogar vielleicht den Serverzentral angegriffen hat. Ihr seid jetzt bei TOC-Fan, oder? Nein. Wo seid ihr? Ich bin gerade an MIME gewesen. Kann ich wenigstens hören, was A ist? Me, TOC-Fan, geht das? Das scheint zu gehen. Ja, das geht. Geh nicht in deinen Ender-Jest, dass die jetzt auch noch Leerkraum führt. Ich bin gerade auf deinem Grundstück. Auf welchen? Wo du gesagt hast... Du bist in Venice. Nee, kann nicht sein. Doch, du bist bei mir in Venice. Ich seh dich nicht. Ja, wie, du siehst mich nicht. Was ist das, Alter? Da, ich bin direkt hier vor... Können wir stehen? Ich bin direkt hier vor dir. Hier. Hier bin ich, guck. Schau ich hier in der weißen Blume? Hier bin ich. Goll, hab ich dich jetzt abgerissen? Nee. Oh, Leute, dich seh ich nicht. Du bist ein Mensch. Schau mal. Schau mal. Ich schau noch mal. Nee, so darf ich jetzt selbst die Gläser reparieren. Ah, jetzt bist du da. Nein. Du bist ja wirklich Spieler. Es sei ja, das ist kein Brink dieses Mal. Hey, guck mal, jetzt muss ich meine Gläser erneuern. Noch essen. Ist dir vielleicht hier irgendwo in der Brune noch irgendwo essen drin? Hey, ich hab ne Ding gefunden. Hier lag ne Lampe rum. Lahl. Hey. Wo? Ich hab ne Lampe, guck mal. Ich bin reich. Ich hab ne... Ne ganze Lampe hab ich hier. Es bringt aber nix so lang, dass er fanden nur noch so äh, geil. Ich hab sogar einen Schalter. Ich glaub ich hab hier keine Rechte drauf, verdammt. Oh, ich hab... Och man, der schöne Server. Ja, was denn? Pizza Prank. Nee, oder? Doch. Ich hab dich geprankt in diesem Video. Oh. Hey, Junge, das gibt so nen Prank. Er hat sich jetzt schon abgekauft, Leute. Willst du irgendwas zu meinen Zuschauern sagen? Ich sag nur zu. Hier. Du musst heute auf den Rebo-Server kommen und aufnehmen. Da nehme ich auch auf. Ich hab was da, etwas Kleines vorbereitet. Also, du hast dir das jetzt ernsthaft gedacht, dass wir gehackt werden? Ja. Wobei, gut. Somit gehen Grüße raus an dich, Officer Knetter. Danke für die geile Idee dieses Pranks. Ähm, ja, ich hab uns jetzt alle Spiele reingenommen, aber ich kann ja mit meinem Ehep-Let's-Play-Account uns die wieder geben. Mhm. So geil, Alter, du hast das halt voll geglaubt. Wobei, gut, wir haben das auch sehr realistisch gestaltet. Ich mein, äh, dass ich, äh, dass ich, äh, die ganzen Ränge wegnehme und, äh, diese Hack-Androhungs-Dingsbums da reinschreibe und so. Das muss, das, ähm, damit hab ich das vorbereitet und dann hab ich ja, äh, äh, den Käfig gebaut. Na, da dachte ich schon fast, du detectest, also dir fällt's auf, wo du dann dich zu mir teleportiert hattest. Da dachte ich mir, oh, scheiße, der bringt vielleicht auf. Ähm. Ja, ich hab, ich hab mich zu dir im Teleportiert, da dachte ich, okay, da baut ja jemand einen kleinen Käfig. Officer Knetter kann's nicht gewissen sein, zack, hatte ich dann, ähm, äh, Spieler ran und, ja. Dann, dann, dann hab ich schon die kleine Vermutung. Ich hab ja auch ein paar Mal gefragt, äh, ob ich, ob du uns, dass du mich bringst. Ja, deswegen. So, Officer Knetter gefragt. Deswegen musste ich, deswegen musste ich mir ja auch den Dagen wegnehmen, sodass du denkst, dass das wirklich, dass das wirklich ein Hack ist. Boah, das, der war hart, der Brink, Alter. Ich weiß, ich weiß jetzt, dass da schon so, so dermaßen Heftiges zurückkommt, Alter. Leute, wenn wir mehr davon sehen wollen, dann zeigt's mir mit Likes wieder, ne, so wie im letzten Mal. Ich mein, ähm, das hat ja auch schon abgegangen. Ey, gestern, ja, gut, ne, zwei Abonnenten, ein Abonnent hab ich von dir mit dazu gewonnen, ne. Aber mehr hab ich auch nicht dazu gewonnen. Das kommt schon. Ich glaub, ich, schau mal, die Leute, die lieben solche Formate, äh, auf YouTube. Und das kam ja bei mir auch richtig geil rüber, ich mein, das hab ich ja gesehen. Ich mein, es hat zwar noch nicht so viele Aufrufe, wenn ich mich mal anschaut, die Aufrufe zu den Likes, ne. Ich mein, ich bin jetzt auch noch nicht so groß. Es kam sehr gut an und wie schon gesagt, Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie ich, äh, THC-Fan-Pranke, schreibt's gerne in die, äh, äh, schreibt's gerne in die Kommentare und lasst's auch ein paar Likes da. Falls ihr neuer seid, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen, wenn's euch gefallen hat und auch mal ein bisschen meine anderen Videos auschecken. Ey, das hab ich, was ich selber vorbereitet habe, ne, da ist das gleich noch nix aus, was du hier gemacht hast, das ist gleich noch nix aus. Also, Leute, er, er, er will's mir, er will's mir richtig hart geben, Leute, ich hab jetzt, äh, ich hab jetzt schon Angst. Ähm, und schau doch mal bei Team Anti-Scan vorbei, den werd ich in die Beschreibung wieder packen. Und auch mal bei Officer Knette, den werd ich auch mal in die Beschreibung packen. Skytime, machst du auch noch einen, äh, YouTube-Kanal? Ja, aber ich bin im Moment noch nicht aktiv, oder, aber es ist einfach Skytime-TV. Ja, gut, dann... Und jetzt Film 3002. Äh, dann, äh, dann, dann, dann schicken wir mal den Kanal-Link, dann hau ich den dann auch mit in die Beschreibung. Und wer ist das noch, wer hat gesagt, wer hat gesagt, Film 2003 soll ich abonnieren, äh, es waren die Abonnieren, hä? Gleichwerbung ist hier für nicht geduldet, gell? Ähm, schaut doch mal bei meinen Super-YouTube-Kollegen vorbei. Ja, danke fürs Zuschauen, es hat mal wieder richtig fun gemacht, und jetzt muss ich erstmal die ganze Ränge wieder geben, und... Muss dann mal den, äh, die, die, die Kugeln wegmachen, die ich da hingemacht hab. Weil ich die wieder vergessen habe, ich hab ja Reconnected, und jetzt ist natürlich mein Ding weg, ne? Mein, äh, welter Ding wahrscheinlich. Ja, danke fürs Zuschauen bei diesem Video, wie schon gesagt. Macht's gut, und bis zum nächsten Prank. Tschü-Tschü!